Du weißt Bescheid, der Junge. Ja. Ich seh dat. Du, ich glaub das ist, äh, das wird größer als du denkst. Oh, gar nix. Mein Badness-Server ist abgeschissen. Du, mein Minecraft ist abgeschissen. Okay. NEIN! Wer hat sich gedacht, oh das leckt hier so heftig. Da will ich nicht mehr. Ich bleib beim Video. Hey, was fehlt denn? Ach, falscher Schwefel schon wieder. Ich hoffe der reicht noch ein bisschen. Wie viele waren das? Vier, ne? Ach, vier. Dann mach ich mal eben vier davon. Dass du immer die ganzen Ärzte hier liegen lässt. Äh. Ja, ist ja gut. Ist ja nicht so, als wäre ich voll gewesen. Nja, nja, nja. Nimmst du dir irgendwelchen Mist mit, ne? Ja. Bürstchen. So. Ich hatte grad eins. Usage. Das ist, äh, komisch. So, ich brauch das und Poison Powder. Nein, ich mach nichts Illegales. Übrigens, deine Hall of Flame, ne? Wie ich sie ja so schön genannt hab. Ja. Ist mal so gar nicht ausgeleuchtet. Ja, ich war noch nicht fertig. Du siehst, ich bin einfach... Ja, du fängst irgendwo an. Mach's mal weiter. Ja. Das ist, weil Johnny manchmal einfach so keinen Bock mehr hat und ich dann im nächsten Take nicht mehr was, was los war. Oder Johnny mich mittendrin wegreißt, weil er irgendwas von mir haben will. Ja. Und dann vergisst man so schnell wieder, was man wollte eigentlich. So. Dann nehm ich mal eben... Gucken wir mal, ob wir ein Bananenhausen nicht noch ein paar Fackeln haben. So, ich tippe mich mal zu dir. Ne, ich weiß nicht. Ich baue mir mal ne neue Neuron. Komm wieder her. So. Was? Das wollte ich doch gar nicht. Ist mein Skin jetzt wieder da? Ne. Hab ich ein Skin für dich? Du hast deinen Skin bei mir. Okay. Na komm mal mit, dann kannst du die Lightshow genießen. Die Lightshow? Am besten du bleibst hier stehen, wo ich bin. Ich bin jetzt bei Simoryo auf dem Grundstück. Mal eben hier. Du hast dein Quantumhemd nicht an. Gut, dass du dir sagst, dass ich nachher krepiere. Die Lightshow soll ich genießen. Ja, bleib da mal lieber stehen. Ich weiß nicht, wie groß der Radius ist. Das war doch ne Nuke. Du weißt Bescheid, der Junge. Ja. Ich seh dat. Du, ich glaub das ist, äh, das wird größer als du denkst. Ich glaub die Hälfte des Bahnhofs wird da bei mir drauf gehen. Ich hoffe mal nicht. Und du hast schon Damage bekommen. Oh oh. Soll ich nicht? Du stehst ja nicht weit weg von mir. Sag ich doch. Ich seh noch gar nix. Mein Business Server ist abgeschissen. Du, mein Minecraft ist abgeschissen. Okay. Nein! Was? Ich hab da Quantumrüstung an ihr. Oh, laut Minimap hast du Glück gehabt, alter. Der halbe Welt. Loll! Meine ganze Quantumrüstung ist alle. Okay. Die ist alle. Ich hab die vorhin aufgeladen. Die müsste fast voll gewesen sein. Jetzt ist sie alle. Okay. Du hast Glück, der Bahnhof hat nichts abbekommen. Außer vielleicht ein bisschen Strahlung. Ich werde nämlich auch grad verstrahlt. Scheiße. Ich werde sterben. Nein! Alter, wie konnte ich daran sterben, Mann? Ich muss meine Rüstung ganz aufladen hier. Ich glaub's nicht. Ich werde sterben. Nein! Trink einen Schluck Milch. Ich hab keine. Helfen. Oder du weißt ja, die Zeit halt alle erwunden. Ja, die Zeit. So müsste ich aber was zu essen haben, was ich nicht habe. Ich werde sterben. Zum Glück. Oh Mann! Jetzt kann ich mich nicht mehr zu dir tippen. Jetzt muss ich doch eine Lohre posten. Kannst du. Ich bin noch zuhause gespawnt. Ach so. Hast du das Bett benutzt oder was? Ja. Der Enderman hat auch Verstrahlung bekommen anscheinend. Hä, wieso sind denn die Cobblestones jetzt überall? Keine Ahnung. Ja. Auch so. Du brauchst erstmal den Nuken, ey. Das musst du einfach mal... Weil ich immer diesen Berg ja im Visier gehabt hab und gedacht hab, Mann ist ja... Das wird ewig dauern, da wieder so ein Ding hinzusetzen. So ein Ding. Ja, wie heißt denn? Ich muss da erstmal Filler wieder hinsetzen und dann wieder mühselig alle Blöcke abbauen lassen. Weißt du, was ich dir für den Zweck mal machen werde? Warte. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Da werde ich dir mal, glaube ich, mal ein Tesseract bauen. Weil da musst du nicht ständig die Dings aufladen. Warte mal. Ich will jetzt... Warte mal. Ich will jetzt... Energy Tesseract. Nein! Dafür brauchen wir Molten Ender. Molten Ender, okay. Das ist ja gut. Dafür brauche ich ein Diamant. Und viermal Hardened Glas. Viermal Zinn. Dann hast du einen Tesseract Frame. Den haust du dann in den... Liquid Transposer. Und musst Molten Ender reinhauen. 1600 Milli... Äh, ne 1000 Milli Bucket. Nein! Verdammt, ich bin mitten drauf gefallen. Okay. Dann mach du das doch. Weißt du, was du... Nimm dir ne Lore und fahr nach Hause. Oder nimm gleich alle Lore und fahr nach Hause. Oh. Wieder da? Nee. Bist du wieder da? Ja, anscheinend schon. Ah, schön. Schön, schön. Ah, weiß auch nicht, was das ist gerade. Wie die ganzen Skype abschissen. Na, ich werd mal hier noch schnell Fackeln bauen. Und weil dieses Tesseract, das ist echt schon genial. Das glaub ich dir. Weil da kannst du dann die ganze Energie... Könnte ich die eventuell auch noch machen. Unter deiner Villa. Aus mehreren von diesen, äh, Magma... Ne, wie heißen die Dinger? Die komischen Motoren, die Magma... Äh... Magmatic Engine. Genau. Die könnte man nämlich verwenden, damit du nämlich einen... Kompletten Energy Flow hast. Weißt du? Weiß ich, weiß ich. Ach, jetzt baue ich deine Redstone Fackel an. Ich vollhorst. Du vollhorst. Du vollhorst. Du vollhorst. Wow. So. Dann... Ach Mensch, sieh mal eine an. Selbst... Selbst... Unten drunter. In der U-Bahn. Selbst... Ha, okay. Ist jetzt Müzel und Zeugs. Okay. Ich glaub, das geht richtig tief in den Boden rein. Weiß jetzt nicht wie viel, aber... Muss man grad mal gucken hier. Ausgeleuchtet ist alles. Natürlich nicht. Alter, ich bin gestorben, ey. An einer... Nuke. Glaub man gar nicht. Ich nicht. Das ist ja das Lustige. Ich stand... Schon bin ich verstrahlt. Natürlich. Für ne Minute. Ich stand nur... Womit stand ich weg? Nicht weit. Ich stand vielleicht 10 Blöcke hinter dir. Er war dabei. Ne, hab ich nicht. Habe ich da Eisen zufällig? Mein Gott, ich werd sterben. Warte, hier ist doch bestimmt... Er hat doch bestimmt Ei. Nee, verdammt. Hast du Eisen bei dir? Oh, bitte sag mir, du hast Eisen bei dir. Das weiß ich nicht, ob ich... Kann ich mir immer 3 Eisen leihen? Oh, nimm dir, nimm dir. Ich brauch das eh nicht. Einen Eimer oder irgendwas der Art? Oder hast du deinen Heilungstrank? Trank der Heilung, darf ich den haben? Ja, nimm. Ich sterb sonst nicht gleich. Oh, das ist gut. Das hat zwar überhaupt nicht viel gebracht. Wieso hast du die überhaupt? Hätte ich davon Johnny für Folge 500. Nicht gebraucht. Ach so, wegen dem Ender Dragon. So, jetzt beeilen, beeilen, beeilen. Habe ich weggerannt oder was? Ja. So, beeilen, beeilen, beeilen. So, Milch trinken. Ha. Weg isse. So. Ich wollte jetzt ja... Energy Tesseract. Eigentlich brauchen wir... Wir brauchen ja sogar 2. Ich hoffe, du hast genug Ender Perlen. Ähm, ja bestimmt. Weißt du, was mir gerade auffällt? Mein Helm ist alle. Auf einmal wieder. Ich hab den gerade aufgeladen. Na, ich nehm mal an wegen Dings. Wegen der Strahlung. Wie lange hält'n die? Ein paar Millionen Jahre? Ich hab keine Ahnung. Ach man. Man sollte die Null nicht gleich hinter das TPX schreiben. Na, ein Freizeichen. Freizeichen, Freizeichen. Oh, ich muss mir auch von dir... Ach ne, ich hab da noch einen Apfel. Aber ich muss mir trotzdem was zu essen klauen von dir. Jo. So, die Schienen packe ich mal hier alle rein. Gut, Milch hab ich dabei. Man weiß ja nie. So, dann muss ich auch nochmal TPX 0 machen. Du kannst ja auch zu mir TP, dann bist du gleich in deinem Wohnzimmer mehr oder weniger. Joa, ich esse jetzt auch keinen... Ähm, weil dann brauchst du nämlich im Prinzip... Durch das Energy Tesseract brauchst du nämlich nachher nur noch... Ähm, einmal dein Energy Tesseract. Und kannst dann halt, ähm... Und den Filler und dann kriegt der einfach Strom, ja. Genau, und das ist ja das geile an dem Ding. So, mein Essen ist auch alle. Ach, ich wollte auch was zu essen holen von dir. Warte, ich hol uns mal eben was. Joa, was kannst du machen? Wie viel willst du haben? Boah. Ich nehm einfach mal hier ein Stack, ähm... ...n Stack Dingensen mit. Gebe ich dir mal ein Viertel Stack von. Oh, das werde ich ja nicht brauchen, denk ich mal. Hallo. Äh. Hier. So. Ähm, ähm, ähm... Ich hab noch den Beelizer. Äh, wo packe ich den denn jetzt mal rein? Den packe ich mal zum Werkzeug rein. So. Dann. Den hier. Einen zweiten Eimer. Du weißt nicht zufällig, ob der... Ob die Mining Turtle auch, ähm... Auch... Wie heißt's hier? Büchsen annimmt. Lavabüchsen. Keine Ahnung. Und du hast zumfällig nicht auch noch... ...nicht auch noch irgendwo Hardinett Glas rumliegen, oder? Nee, ich glaube nicht. Joa. Dann mach ich das mal eben ganz... Hattest du da hinten einen Pulverizer stehen? Ja. Okay. Ich hab auch das Ding, wo man Hardinett Glas mitmacht. Jaja. Hier so n... De... Quatsch. Falsches Teil. Ja, irgendwie so ne Ofen. So, U-Bahn-Ende... Das ist die Koordinaten. 407... Wocknach mal mal 80. Minus 627. So, back. Exit Manual. und mein helm darf ich natürlich wieder ganz aufladen das ist richtig fies mit den overclock an dass sie so viel strom ziehen allein deswegen habe ich jetzt meine ganze hv charging bench die war voll die habe ich jetzt wieder geleert ist jetzt fast wieder alle da sind jetzt etwa noch drei millionen eu drin nicht viel 407 86 27 nochmals mal so weil dann kannst du mit die ganzen geräte du jetzt hier dran hast was jetzt ja nicht mehr so schön ist kannst du denn nämlich alles schön eben ehrlich stellen und unten drunter einfach die energie leitung lang laufen lassen was brauchte ich noch mal für das glas heute ja zwei sachen für drei glaube ich noch sicherlich so weißt du was weißt du mehr wir müssen mal einen cut machen okay ich glaube da kommt gerade jemand bei mir das heißt wir müssen schluss machen erstmal können vielleicht um 18 uhr noch mal wenn du bock hast ja können wir machen aber dann mache ich jetzt erstmal schluss also bis dann so meine freunde da sind wir wieder das war jetzt mal ich sag mal kurzer kurzer cut ja stunde pause pinkelpause ja und wir haben uns ja letztes mal ein bisschen platte gemacht wegen bienen und wir haben jetzt gerade mal nachgeguckt wir wollten schon hier exotik bieten züchten die brauchen wir gar nicht für die silky cams weil wir können das einfach aus den dschungel dingern machen tja oh man so ich fahr mal ein bisschen U-Bahn rein theoretisch ich weiß jetzt gar nicht wo hast du deine Bienenhäuser hast du die hier ich komm warte hier draußen habe ich schon welche wie viel wollen wir machen da hinten wir können wirklich immer zwei oder drei aufstellen willst du die auch wieder automatisieren ähm ich glaub das muss nicht sein wäre doch aber sinnvoll weil du bist doch auch nicht ständig da na gut ok machen wir das dann guck ich mal eben ob wir noch genug Redstone Engines haben Redstone Engines müssten noch welche da sein ich hatte hier vorne noch welche sind diese ähm vier Stütze wo die ganzen Rohre drin sind ja da sind jetzt keine drin aber ähm ich hab noch vier Stücke gefunden brauchen wir Diamantrohr Hölzene Transportrohre brauchten wir mal gucken wie viele hier mittlerweile stehen oh man geil hier ist so eine Stelle wo auch Lohren hingefahren sind und wo wir immer zu voll waren hinterher zu rennen weil die immer alle die Weiche durch sind und dann zur Homo Villa und hier waren auch noch vier okay also die ganze Welt ist voll gespammt mit Lohren dann machen wir erstmal das mit den Bienen bevor wir dann weitermachen mit den Tesserakt-Kram wo ich denke ich mich dann auch noch eine ganze Weile mit beschäftigen werde das kann gut sein goldene Rohre hat er ja gar nicht mehr hab ich gar nicht hab ich alle verbaut oh weißt du was das mach ich mal eben schnell aber Gold hast ja 1200 Stück dass Johnny sich das nicht nochmal ausnutzt hier ähm ähm mach ich denn das jetzt mal am besten ach Diamantenrohre brauchst du auch noch ähm auch nochmal bauen ach geil dann gehen die Sachen verloren so so habt ihr nicht gesehen gut ähm das sollte reichen hab ich gravel dabei und hier hab ich leider nicht mal gucken was steht da für ein Baum ist alles abpumpt hier achso der macht erst die Blätter weg das ist ja interessant so sieht ein Riesenbaum aus wenn er keine Blätter hat ja das eine Kopperohr musst du auch nochmal reinschmeißen in die Dings in den Filter Kopperohr ja stimmt das fehlt dir noch sind wir noch einmal drin das machen wir glatt mal ich weiß nicht ob der ja der Query sollte jetzt noch an sein das kann ich dir nicht sagen der Server war ja auch noch an ich hab ihn ja nicht gestoppt so vier Transportrohre in Holz Diamanten dann brauchen wir auch nur vier und waren genug Dinger da was denn Engines ja wir können ja jetzt nochmal versuchen ob das jetzt eventuell mit den Lohren funktioniert mit dem Zusammenfahren meinst du warte ich mach es mal eben ein bisschen gechillt ja ich mach mal ähm hab ich Kabel Sons ne hab ich nicht hab ich da Öfen drin du hast ja doch bestimmt die Öfen reingelegt ne hier sind die Öfen drin naja so pass mal op dann mach ich das mal die Lohre hier dann haben wir das dann brauch ich ein bisschen Kohle nehm ich mal ich nehm mal 10 Kohle mit das sollte reichen ich hab übrigens noch nen ähm Waggon joa ich frag ich was mal gucken ich es könnte sein Usage man kann daraus wieder Eisen machen ok ähm was brauchen wir noch ich hab jetzt Diamantene Transportrohre Hölzernes Transportrohr viermal zum Rauspumpen Goldene Transportrohre hab ich glaube ich mehr als genug ein paar Hebel Kisten und Hebel brauchen wir noch richtig Kisten sollte da zwar kein Problem sein aber ich weiß schon mal zu viel wenn man die mitnimmt ähm dann haben wir hier mal in den Kopf NEIN ich bin so ein Idiot nochmal ein neues Kopf abmachen das hab ich verdattelt gut dass da genug drin sind ich bin Level 28 ich könnte auch bald entschänden mal einfach so Lachen und dann und bis zum nächsten Mal